servus heute geht es um oldschool runescape ein spiel das ich vor zwei wochen noch nicht mal gekannt habe zu meiner schande muss ich gestehen ja noch nie was davon gehört nach eldenring musste ich irgendwas finden oder wollte irgendwas finden was ich halt spielen streamen kann und bin da irgendwann mitten in der nacht am heisel gesessen und gegoogelt und dann ist mir das irgendwie vorgeschlagen worden oder wie in einer seite immer seite erschienen ich weiß es nicht mehr und immer dachte ja das schaut irgendwie witzig aus ist ein massiv multiplayer online rollenspiel das 2014 2013 erschienen ist auf basis eines spiels runescape das im jahr 2007 erschienen ist und mir doch ja grafisch witzige grafik oldschool halt ich war ja zeitlang habe ich auch atom gespielt der auch eine unglaubliche alte grafik oldschool grafik ja das atom ist aber ein rog like viel einmal sterben charakter weg alles neu das runescape das oldschool runescape ist aber ein klassisches mmorpg ja was ist zu dem spiel zu sagen es da stand ja es ist kostenlos okay kostenlos ist ja nichts verhaut dann probieren wir es aus oder probieren sie aus und dann habe ich halt bemerkt ja es gibt auch eine membership die man halt sich um neun euro im monat erkaufen kann aber man kann so lang gratis spielen wie man möchte man muss nicht unbedingt member sein ja was sind die vorteile wenn wir kurz durchlesen membership ja es gibt diverse skills die man nicht auf der gratisversion hat wie zum beispiel agility was halt dazu bringt dass man schneller ist oder länger schneller laufen kann ja gut es war comfort sachen die halt nicht da sind auch andere dinge offenbar die welt ist um ist nur ein drittel von von der größe her wenn man es gratis spielt aber das macht alles nichts wir haben auch andere spiele dann gesagt ja das ist vollkommen wurscht du kannst das gratis spielen weil im endeffekt gibt so viel content dass man sich wenn man sich dann entscheidet kann man immer noch in wochen monaten oder so mitglied werden ja gut passt gut schauen wir uns das an streamen wir es gleich und ja was soll ich sagen ich habe es mir auf steam geholt und gedacht ja passt gratis fangen wir an ja was gibt es zum spiel zu sagen ich meine eine liebevolle grafik möchte ich sagen stimmig passt die musik gut ausgewählt in verschiedenen orten verschiedene musik bis also ein klang kalt aus den 90ern aber schon besser grafik musik quest rein quests wunderbar liebevoll aufeinander abgestimmt wirklich wunderbarer modus wenn man muss halt auch sagen das ist halt ein spiel oder solche klasse von spielen muss man mögen oder nicht also es gibt halt menschen die ich war auch so ein mensch vor fünf jahren sechs jahren sieben ich weiß es nicht genau aber ungefähr in die richtung der nur triple a spiele gespielt hat beste grafik musste es haben super aber irgendwann entwickelt man sich und denkt sich oder entwickelt man sich nicht ich meine es ist jetzt natürlich eine subjektive entscheidung aber eine subjektive meinung aber irgendwann kommt man halt darauf dass super grafik auch nicht alles sein muss man kann natürlich es gibt wunderbare spiele mit super grafik wunderbar und so weiter aber immerhin wenn das gameplay ein scheiß ist oder wenn die story ein scheiß ist nur die grafik gut ist wie es bei einigen triple a spielen ja auch der fall ist dann bringt mir auch die grafik nichts aber wurscht super also das heißt entweder mag man solche spiele oder man mag sie nicht ich mittlerweile finde ich solche spiele super mit dieser retro grafik wenn da natürlich das konzept dahinter stimmt und das spiel ist offenbar wunderbar es ist beliebt wenn ich der nachschau da sind 66.000 spieler online auf steam sind ungefähr 1000 leute und es ist eins der größten mmos spieler technisch neben ww und vielleicht ein paar anderen was ich so jetzt in der schnelle recherche nach also die spieler base ist da und man muss halt auch sagen zu den quests halt zu den anfangs quest sehr witzig also da gibt es echt ein paar lustige sachen also quests von satire bis ernst von was ich nicht kritik ja menschen kritik oder spielfilm kritik wurscht aber also viele quests strotzen nur so von satire und sind recht witzig also sollte man sich auf jeden fall wenn man das spiel spielt durchlesen was da steht was die charaktere sagen ja gut es gibt keine sprach ausgabe das muss man auch dazu sagen muss alles lesen der deutsche client den gibt es nicht mehr das heißt das ist alles auf englisch ja also das ist mal vorweg gesagt man muss ja alles auf englisch spielen es ist natürlich ein oldschool spiel und oldschool spiele was haben die an sich gründen 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 also die 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 skills leveln sich nur durch aktionen also wenn ihr jetzt ein baumum fällt dann kriege daran baumumfällskill sozusagen nur wenn ich wirklich den träumeum fällt wenn ich keine ahnung schmiede dann dann geht mein schmiedes kill nach oben wenn ich angreift geht mein angriffskill nach oben und so weiter so vieles geht es um viel grind ja neben der quest was aber cool ist ist zum beispiel es gibt dann eine android app oder eine ios app da habe ich mir gleich geholt die ios app da kann ich am klo also zu österreichisch von heisel sitzen und spielen ich kann neben der arbeit wenn ich möchte was machen im zug was machen oder wenn man irgendwie keine ahnung langweilig ist nebenbei am handy was machen funktioniert wirklich super zu empfehlen ist sicher aber natürlich also für so quests wie fischen fischen ist super oder irgendwas simples wo man einfach nur kurz klicken muss und dann macht er ein paar minuten und dann macht man wieder und dann wieder also so viel nebenbei ist es perfekt man kann natürlich das spiel auch am handy spielen wenn man möchte ja ist natürlich am pc schon schöner mit maus und tastatur und so weiter also wie gesagt also grafisch musiktechnisch quest technisch wunderbar aufeinander ab stimmt gefällt mir wirklich sehr gut gefällt mir wirklich sehr gut der grind ja auf das muss man stehen oder auch nicht wenn man gibt es in anderen spielen auch auch wenn sie oft sagen es gibt keinen grand gibt es sehr viele wieder die trotzdem ein grind haben und ja gut aber das ist das auf was man sich da einlasst old school mmo herrlichst gemacht liebevoll ich spiele es jetzt seit ein paar stunden würde jetzt sagen keine ahnung wie viel stunden jetzt habe zehn zwölf stunden oder so spielzeit deswegen kann ich nur nicht so viel dazu sagen ich kann eben nur dazu sagen dass es mir im moment gefällt als ich angefangen habe zu streamen es sind gleich leute gekommen die die mir zugeschaut haben und mir sofort tipps geben mir sofort tipps gegeben sofort wunderbar freundlich sie haben mich sogar unterstützt sie haben in game geld gegeben und weiß ich nicht was ausrüstungsgegenstände damit ich es ein bisschen leichter hat freundliche community viele leute die online sind es gibt viele server man kann einfach die server wechseln beliebig wie man möchte natürlich es gibt membership server und es gibt kostenlose server das ist begrenzt dann also wenn ich jetzt das spiel kostenlos spiel natürlich nur auf den kostenlosen server hin und her switchen wenn ich member bin kann ich alle server die es da gibt mir anschauen da passen offenbar hunderte leute auf einen server super man kann den server in den blinker vernei wechseln also wirklich zack und man hat es gewechselt super leibend ja also große community ein wiki das sich der wusste anspeibst also riesigst riesigst da ist alles drinnen super gemacht also ansprechen mit einem positiven sinn und herrlich ja dann was noch zu sagen es gibt dann noch ein programm also wenn ich das spiel auf steam holt ihr könnt in dieses könnt rune light wieder empfohlen rune light ist eine art overlay eine art client dafür da gibt da ein paar gutes zum beispiel wenn man das rune light installiert was gut an rune light ist ist eben zum beispiel wenn ihr euch die grafik da anschaut so ist es ohne rune light also mit der normalen spiel grafik und mit rune light kann man dann das auf hd stellen und dann schaut die grafik wirklich viel viel besser aus schöner smoother die übergänge und so also es zahlt sich aus diesen rune light client overlay und wie man es nennen mag sich zu installieren und man kann das auch sogar ins team integrieren somit kann man über steam dann das spiel in rune light starten das einzige was dann nicht geht ist ihr bekommt es keine achievements im steam client das fällt dann weg aber es gibt achievements im spiel wenn man sich sehen hat gibt es offenbar hunderte quests man kann miteinander spielen man kann sogar raiden es gibt raids es gibt bosse die man miteinander machen kann es gibt ein unglaubliches riesiges handelssystem wo wo man einfach geld verdienen kann also man kann offenbar einfach machen was man will im endeffekt ich kann ich habe gestern gesehen da ist zum beispiel da dein haus gebaut für sich und er steht einfach nur da und bekommt quasi also einfach nur da also jetzt kann er sich auf den lorbein ausruhen offenbar steht hat ein spendenglas dort aufgestellt im spiel uhrgeil da können die leute ihm spenden und er stellt einfach teile seines hauses zur verfügung die spieler nutzen können und jeder gegenstand hat in diesem haus offenbar irgendeinen zweck der eine kann teleportieren der andere kann irgendwie er hilft den spielern dass sie irgendwelche skills erhöhen und so weiter wunderbar also da kann man echt viel machen man kann auch so nicht ich tue nur kochen dann koche ich halt nur und dann der geht der skill nach oben und ich verkaufe das dann im aktionshaus und mache somit mein geld und habe so meinen spaß damit nebenbei keine ahnung ich habe sogar gesehen es gibt offenbar einen server einen rollenspiel server wo man dann offenbar wirklich alter roll spielen muss also die leute auch grüßen und so weiter und so fort das muss man sich mal anschauen soweit bin ich noch nicht wie gesagt 10 12 13 stunden was heute das gespielt haben so ungefähr erste eindruck mal super schade dass ich das erst jetzt gehen gibt es leute die spiele seit 16 14 10 jahren waren im stream dabei wahnsinn hilfsbereit wunderbar gutes spiel im moment bin sehr positiv angetan davon und ja schaut es euch auch mal an wenn ihr wollt wenn ihr auf sowas steht sie man wenn euch das nicht gefällt ist so der ein kreuz dem anderen nicht in diesem sinne viel spaß